Ich war in der Superbach Planei, die Spot-on-App, das ist eine ziemlich coole Sache und ist auch ziemlich einfach. Man lernt sich einfach die App runter, geht rein, dann muss man nur eine Superbach Planei auswählen, schaltet man nur mal das GPS rein am Handy und dann filmt man sich schon von der Lärm. Ist ziemlich praktisch, weil man ja keine Kamera mehr mit hat, weil dann kann man sich einfach von der App filmen lassen und man kann sich auch dann gleich am Lift anschauen, ob es was geworden ist oder nicht. Sohne, wenn man nicht mehr so hat, dann muss man sich auch anschauen, schaltet man die Kamera und die Kamera, dann muss man sich auch dann mal die Kamera sein. Aber das ist auch so, dass man so kann. Sohne, 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 Untertitelung des ZDF, 2020